ich habe heute einen hall und ich freue mich riesig ich habe beim stefan flieger bestellt und zwar ein schiffchen und ein stift er hat gerade so tolle weihnachtsschiffchen da gibt das zuckerstange und ein nikolaus stiefel und weihnachtsmütze würde ich sagen und jetzt lasse ich mal kurz überlegen was könnte ich mir davon bestellt haben ich bin gespannt wer von euch richtig liegt in der zwischenzeit wurde überlegt und rätsel versuche ich mal das gut verpackte gut zugeklebte päckchen aufzukriegen natürlich nicht dass ihr das seht weil die adressen stehen ja drauf und ihr könnt der weine noch ein bisschen rätseln was ich denn genommen zuckerstangen weihnachtsmittel oder stefanie erste wirklich super gepackt oder nikolaus ein stückchen weiter bin ich schon jaja karton zu sich vor allen dingen dann wenn man sich erwarten kann sagen wir 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 haben es kaputt gemacht es ist diesmal habe ich aber wirklich nur für mich bestellt das ist so eine tolle frage hier habe ich kaputt gemacht also dankeschön wisst ihr das aber ich habe es ja sogar hier mein erstes großes schiffchen von stefan war ja dass der aufkleber ist immer noch dran guckt stefan jetzt immer noch dran nicht abgemacht so habe ich auch so ein kleines ganz ganz kleines herz bekommen ganz klein ist das in gelb in deutschgelb das nehme ich auch total gerne normal für kleine sachen so zwischendurch so dann packen wir mal aus ich bin ganz aufgeregt ein bonbon guck mal ich habe ein klein bonbon ich bin die toll er hat zwar gesagt da habt noch was bin gespannt aber erst mal das so so ich sehe da das sind das sieht dass das jetzt was das ist so ein bisschen so vielleicht ja ich hab den stiefel ja und ich hatte wieder extra wunsch das muss ich jetzt auch dazu sagen er hat den stiefel in weiß naja und ich wollte den ich in weiß ich wollte den rot da hat er mir das gemacht also wenn ihr wünsche habt sprecht den stefan ist das hammer dass hier oben ist wenn ich alles solches dass er boxe trotz ist ja der hammer guckt mal wie das funkelt dankeschön jetzt gibt es auch das sind kleine lebkuchen meine kicken die das ist ja ohne kohle variante das ist neu ist echt cool ich freue mich ich habe hier so meine 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 mühsamel neben ein mühsamel medizin besser die wo wir die mal hier so rumliegen und so ne das problem jetzt macht es sind eckige drin und das sind runde drin das sind straß wenn ich heute sogar b würde sie noch welche zusammenkleben hier die denken die können zusammen aber ihr seht es liegt fantastisch super das klitzert und dass meine tochter sieht also meine jüngere die liebt klitzern wie meine omi damals so jetzt haben wir schon mal das schiff und das ist ja schon mal der absolute hammer ja und ich habe mir tatsächlich diesmal einen stift gegönnt ich bin ja immer nicht so nein ich habe ja keine stifter überhaupt nicht deswegen aber den habe ich mir jetzt tatsächlich ich will das nicht kaputt machen also beim seitenpapier das geschafft das ist alles ganz bin gespannt ob ich das jetzt auch wieder schaffen aber ist einfach nicht kaputt machen ich bin zusätzlich jetzt will doch endlich wir haben denn zu einer vorschau gesehen also auf dem bild habe ich den bei facebook gesehen aber das ist ja immer noch was anderes als wenn man den live hat und den farben dieses meister aber auf den auf dem auf das schiffchen kein aufkleber drauf gemacht jetzt ist kaputt ich habe ja noch nie so ein stift gehabt zum schiff immer sagen dass mein erstes und dieser form und in dieser mauer das glitzer und dieser mauer ist ja aber das ist einfacher ich bin dir immer mit einfach wo das ist alles alles super vielen dank und ich habe ich nicht lange gewartet er hat noch gesagt das dauert ein bisschen länger weil die stift erst angefertigt werden auf bestellung also ich habe da auch nicht lange gewartet also mit versand eine woche überhaupt eine woche gewesen das kann sich gar nicht sagen jetzt auf an die bauer das hat echt nicht lange gedauert ich freue mich so schön passt gut zusammen oder so und jetzt habe ich noch was kleines extra gekriegt weil er hat jetzt metallikfarben und was ich total cool finde das sind schiffchen und vor allem ich liebe ja diese kleinen schiffchen vielen lieben dank das schiffchen und ja es ist ja absolut geil ich finde ich finde ich so cool die farbe guck mal hoch durch das licht schimmert das wahrscheinlich extra noch ich kann auch hier gerne mal die schüttelprobe ausprobieren die steinchen schüttelprobe ja das weiß ich rauskopf super oder super vielen dank das gefällt mir ja das ist ja was für mich und schüttelprobe das ganze raus absolut genial ich kann euch nur raten bestellt euch da mal ein schiffchen oder ein stift geht auf die wünsche ein die ihr habt das schiffchen ist ja das wollte ich ja damals auch gern haben mit meinem namen drauf und ja das habe ich so ein diamant doch ein diamant schnitzel kristall diamant was auch immer stöpsel dann hatte ich ja den pinguin und dann habe ich noch ein schneemann für meinen sohn und die pinguin auch meine tochter den pinguin hat er ja genau auch im shop und von daher schreibt den an wenn er einen wunsch habt wenn er was verändert haben wollt blauen stiefel gelben stiefel fragte einfach mal aber ich freue mich dass es ein roter stiefel das weiß wollte ich nicht etwas rotes passend zum stift ich habe es vergessen der liebe stefan hat mir noch mal geschrieben und zwar wenn ihr meli alles groß geschrieben beim kauf beim stefan angebt dann bekommt ihr eine zugabe also ihr bestellt diese wunderschönen schiffchen und die wunderschönen stifte oder irgendwas anderes was der stefan anbietet fragt nach wenn ihr was verändert haben wollt und wenn ihr dann dazu schreibt dass ihr von meli dass ihr anders dass ihr durch mich auf den stefan aufmerksam geworden seid dann bekommt ihr eine zugabe also ihr gebt dann einfach an meli alles groß geschrieben und dann weiß der stefan dass ihr durch meinen kanal oder durch mich auf ihn aufmerksam geworden seid lasst euch das nicht hingehen es ist wirklich fantastisch es ist wirklich spitzmäßig die schiffe die stifte ich bin absolut begeistert ich habe das ja vorhin schon gezeigt dass die steine wunderbar in den schiffen liegen und mein schiff was ich schon hatte und auch das kleine es ist echt fantastisch macht versucht bestellt aber geht meli an und bekommt eine zusage eine zugabe lasst euch das nicht hingehen so das war's jetzt aber tschüss echt eine coole farbe also die gefällt mir echt und die größe finde ich auch total cool ja und den stöpsel sowieso und dem gibt's hohe menschen die sind cool das ist eine coole idee also ohne Mist jetzt das ist echt eine coole idee so was völlig anderes wie so eine klemme hm fetzig echt fetzig so ihr lieben ich schreibe euch den link in die video beschreibung geht da mal gucken mal schnüffeln schreibt den stefan an und lasst euch erfreuen wenn das päckchen kommt und vielen dank ich hab mich sehr gefreut da boah freu ich mich auf meine weihnachtsfilter also alles rechtzeitig bestellt und dann kann das losgehen boah das ist so cool tsch lieben dank und ich hoffe euch hat das video gefallen dann lasst gerne den daumen nach oben da guckt beim stefan vorbei bestellt fleißig und wir sehen uns bald wieder wir hören uns bald wieder tschüss passt euch an bis Growth bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal